Ja gut, das ist alles schön, das ist Fernseher von Europa-Lummel, Josef Franz, von der Chip-Profeck und es ist der Fernseher vor Josef Franz, der Josef Franz, Kissenlöck, heute der G-Jagd, die Konten, Romern-Lummel, das hier Affektchen, das ist geschlürt, aber auch verdammt fein. Das ist der Hammer, wie dieser eine Mann sich hier durch, das ist die Jugend, der in einer Art und Weise mit Leichtigkeit feuern sein muss, was wir uns durch die Fahrleitung holen. Ja, danke, danke von Romern-Lummel, aber man muss noch was rückstecken, Hülse auf der schnellen Außenbahn hält da seine zweite Position, Romern-Lummel ganz platt eingetaucht und jetzt den Fahrrad, da kann ich doch mal die Chance mehr, da was rückstehen, da hat er alle ins Beste, wenn es geht. Jetzt wieder vorne, 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 jetzt! Ja, danke!